Die Universal Rope von La Siesta ist ein vielfältig einsetzbares Aufhängesystem zum Anbringen von Hängestühlen an der Decke, einem Balken oder einem Baum. Das Set besteht aus einem Haken für die Zimmerdecke, dem praktischen Smart Hook, drei Schrauben, drei Dübeln und einem Polyesterseil mit zwei Metern Länge. Damit kannst du deinen Hängestuhl drinnen und draußen perfekt aufhängen. Zum Anbringen des Hängestuhls im Zimmer installierst du den Haken an deiner Decke. Durch die drei Bohrlöcher wird das Gewicht ideal verteilt. Das bringt hohe Stabilität. Das Seil mit dem Smart Hook schiebst du von unten durch die Führung des Hakens und hängst die Schlaufe ein. Dann ab mit dem Hängestuhl in den Smart Hook. Fertig. Durch den integrierten Smart Hook kannst du die Höhe deines Hängestuhls jederzeit variieren. Die Universal Rope ist nicht nur für den flexiblen Einsatz zwischen zwei Wänden konzipiert. Du kannst sie auch nutzen, um den Hängestuhl unter einem Baum oder einem Balken aufzuhängen. Du schwingst das Seil um den Balken oder Ast und ziehst das Ende durch die Öse. Jetzt noch die Schlaufe in den Haken. Und der Hängestuhl hängt stabil und sicher unter dem Baum. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017